Jo, servus Leute, Muzzle hier. Und zwar habe ich gesehen, dass mein Video nicht bei jedem in der Subbox ist, deswegen wollte ich hier kurz sagen, ich habe mein Special hochgeladen, mein 1-Jahres-Special, Question & Answer Special und verlose dann unter den ganzen Fragen 3 Backgrounds und Avatars. Also wenn ihr Bock habt, dann geht auf den Link unter der Beschreibung, guckt das Video an, stellt eine Frage, wenn ihr Bock habt. Jo, also haut da rein, ciao.